Hallöchen und willkommen zurück zum Monster Train. Wir haben den 31.05. Also für euch eine Reise in die Vergangenheit. Für mich mal eine Herausforderung, die ich annehmen möchte. Hellhorns, schmelzende Relikte. Die Kombination, ja, gefällt mir eigentlich ganz gut. Säureregen ist nicht so ein Problem. Jede Runde zwei Schaden, das trifft scheinbar auch die Gegner, weil das steht allen Einheiten. Die 5 Ballast könnte man richtig gut verwenden, wenn wir ein Fluchdeck in die Finger kriegen sollten. Und alle Einheiten kommen mit endlos. Lass uns mal ausprobieren, was da passiert. Ich bin guter Dinge. Wir kriegen Entzünden. 4 Wut und 5 Rüstung. Eine Einheit absteigen lassen, kriegen wir doppelt. Und beim Callen 5 Schaden auf die gegnerischen Einheiten. Kann man am Abend, am Abend, am Anfang schon mal benutzen. Der Gleishammer verliert jedes Mal plus 4 Stapel, wenn Rüstung auf verbindende Einheiten angewendet wird. Vielleicht hätte ich erst gucken sollen, ob wir hier den Rüstungs-Perk für unseren Höllenhörner-Champion kriegen. Kriegen wir natürlich nicht. Ah, da gab es auch noch was von wegen, wenn er getroffen wird, kriegt er Rüstung. Oder wenn er jemanden besiegt, kriegt er Rüstung. Dammit. Na gut, dann nehmen wir halt, besiegen 10 Schaden dazu. Und guck mal, was uns im ersten Kampf gleich erwartet. Auf jeder Ebene schon mal, nee, muss nicht sein. Moment. Sieht man hier nochmal? Nach jeder Runde kriegen die aber zwei Schaden und die haben nur einen Life. Dann machen wir das an. Denn wenn die dann ganz nach oben kommen, müssten die eigentlich sterben. Naja, super. Das gefällt mir. Dann, hm, was machen wir denn dann Schönes? Lass uns mal kurz ausprobieren, wann der Schaden kommt. Nachdem sie angegriffen haben, normalerweise, ja. Hm. Ja gut. Dann machen wir das so. Das mit dem Life ist ein bisschen mies. Die sterben eh alle. Wut und Rüstung. Bringt die Rüstung was? Nein, das geht direkt vom Leben weg. Das ist gut zu wissen. So, jetzt können wir jemanden dazustellen. Na gut, bye. Hm. Ach halt, das geht wirklich von der Rüstung weg. Ah. Das sah mir nicht gerade so aus, als würde das, ähm, direkt vom Life abgezogen. Nö, geht von der Rüstung weg. Okay. Ah. Jetzt ein bisschen doof. Er kriegt 40 Schaden. Okay. Er ist down. Dann haben wir die erste Schose schon mal ohne Schaden überlebt. Wichtig ist jetzt natürlich, daran zu denken. Erst wird die Rüstung geknackt. Oh ja. Und dann der Rest. Reformierende Einheit. Ja, mit Endlos ist das eh nicht so interessant. Hm, den könnte man theoretisch doppelt spielen, wegen Endlos. Machen wir auch. Hm. Und dann holen wir uns noch, ja, nochmal was Reliktiges. Ja, auf jeden Fall die da. Und, Zähne. Kostengünstigeres Absteigen wäre gut. Gut, und wir machen einen Feuerball stärker. Restgeld sparen wir uns erstmal. Gucken wir's an. Mit 10 Rüstung ist es nicht so prickelnd, das lassen wir weg. Der stirbt dann, wenn er in die zweite Ebene aufsteigen würde. Ja, das gefällt mir. Okay, der ist irrelevant. Er auch. Er auch. Ja, gut. Dann lassen wir die einfach mal nach oben. Okay. Hier müssten wir ein bisschen was machen. Zumindest schon mal zwölf Schaden reindrücken. Okay, du kommst eh nochmal. Du stirbst. Hm? Die Rüstung klatschen wir da unten mal rein. Okay. Die letzte Welle. Dann packen wir dich. Ja gut, einen Multischlag kriegst du durch. Das bringt uns... ...aber auch nicht weiter. Schade. Oh, doch kein Multischlag. Er macht hier ein Fünfer-Damage auf Reichweite. Ja. Das heißt, ihr seid komplett... ...sinnfrei. Na, super. Du bist auch sinnfrei. Tch. Ja. Es ist echt, äh... ...ja. Nicht prickelnd. Vor allem, weil wir unseren Champ auch nicht mehr neu gezogen gekriegt haben. Ja, unser Deck ist zu groß gewesen. Fuck. Schade. Ja, dann kommt er mit 164 Schaden da nach oben. Alter. Ah. 10 Gesunde wiederherstellen. Wende zwei Ausbrenner von der Verbindete Einheit an. Oh. Oder Angriff und Ausbrennen. Ja. Nehmen wir das. Das ist gut für unsere Harzer. Und dann würde ich schon fast sagen... Wir gehen wirklich hier nach unten. Wir brauchen einfach die Heilung. Komm, gib mir Dante. No, es ist nicht Dante. Ah, was nehmen wir mit? Oh ja. Wir haben momentan einige Fluchkarten. Wir nehmen das Ding. Und lass uns überraschen, wie viel Ember wir dann... Glutasche, sorry. Wir am Anfang gleich haben. Oh, das könnte ja richtig geil werden. Endlos sind sie sowieso. Gleich mal mit Ausbrennen verbessern, damit der auch so überleben kann. Und 25 Life geben wir auf sie zum Tanken. Okay. Daedalus. Seine Bomben explodieren zweimal. All righty. Wir haben... Sechs jede Runde. Oh, ha, ha. Das könnte uns noch zugutekommen. Okay. Wir haben... Platz für... Dich hier. Dich dort. Und ein Zugbegleiter hier oben. Ich lass den einen Platz hier frei. Du bringst hier unten gar nichts. Für den Harzer, den wir haben. Gut und Rüstung. Packen wir mal hier rauf. Ahem. Na. Okay. Jetzt können wir hier unten schon mal was hinstellen. Und hier oben. Haben wir noch was mit zwei? Wir haben hier eins, 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 eins. Alles nur eins. Okay. Gucken wir, wie lange wir da oben überleben. Komm, gib mir den Harzer. Ja, endlich. Der kommt ganz nach hinten. Du kommst ganz nach hinten. Du wirst ganz nach vorne gestellt. Dann kriegt der wenigstens schon mal 13 Schaden. All right. Stell dich doch in die Mitte, du Depp. Da oben steht alles. Dann könnte ich dich eigentlich auch nach unten setzen. All right. Schieb... Oh, einen kann ich nur nach unten packen. Ah. Das ist ja behindert. Boah, sie können nicht bewegt werden. Hm. Schade, sonst hätte ich den jetzt einfach nach unten gesetzt und hätte hier ordentlich aufs Maul gegeben. Äh, ja, dann retten wir halt einfach den da. Und? Ja, dann kann er wenigstens zuhauen. Okay, die letzte Welle ist am Start. Oh, das wird knapp, dass der noch überlebt. Du stirbst. Du stirbst. Ja gut, kann ich nichts gegen machen. Hm. Er macht neun Schaden. Das heißt, ich könnte hier selber neuen Schaden reinballern. Oh, okay. Und wir setzen Schutzschilde rein. Oh, wir hätten das umdrehen sollen. Oh, wir hätten das umdrehen sollen. Jawohl, die frecken sowieso. Fuck. Komm, sag mir, dass du auf der zweiten Ebene stirbst. Yo. Muss ich gar nichts mehr machen. Gut. Unser Champion braucht auf jeden Fall mehr Life. Okay, wen haben wir? Entferne alle Ausbrennen und Debuff-Effekte von einer Einheit. Das heißt, die kann nicht mehr... Alright. Das ist nice. Zwei Wut und zwei Rüstung. Wobei die Rüstung dann jedes Mal... Plus vier bekommt. Könnte auch gut sein. Mit dem könnten wir... unseren Harzer... endlos spielen, sozusagen. Okay, wir nehmen die Karte. Vermündete Ausbrenneinheiten erhalten zwei Wut. Wenn er angreift... Okay. Paraffinvollstrecker. Voll die Gangster. Das ist geil. Gleishämmerer. Ja. Um die Gegner schon rein durcheinander zu kriegen. Super. Gucken, ob das was wird. Wollen wir jetzt schon was kopieren? Eigentlich nicht. Ne. Wie viele Fluchkarten haben wir? Zwei... Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wenn ich eine Fluchkarte kopiere... Eine Ballast-Karte zum Beispiel... Könnten wir nochmal einen... Ähm... Ember kriegen. Aber wir heilen uns erst mal. Wir heilen. Holen uns Cash. Zauberverbesserungen. Wir benutzen nicht viele Zauber. Ich nehme das da. Komm, gib mir was Gutes für den Champ. Besiegen erhalte neun Rüstungen anstatt fünf. Und Rache erhalte einen Wut. Yo. Jetzt brauchen wir nur noch das Ding, was die Wut speichert. Oder das Horn, was uns die Ember behalten lässt. Zauberschild können sie ruhig haben. Das tangiert mich jetzt nicht wirklich. Wir sind schon wieder fast vollgeheilt. Okay. Die machen nicht viel. Der Gleishämmer war... Moment. Er muss getroffen werden für... Rache. Da kriegt er Wut. Beim Besiegen kriegt er Rüstung. Hm. Sehr gut. Dann lassen wir die Rache mal weg. Stellen den schon mal hin, damit er Sachen verschieben kann. Und los geht's. Okay. Die zwei machen hier Sinn. Der kommt weg und wir haben immer noch so viel. Schade, dass wir ihn hier nicht umsenken können. Naja. Lach nicht so dreckig. Wir können eine Einheit absteigen lassen. Hm. Erstmal ihn hier für extra Schaden auf der untersten Ebene. Ja. Allerdings werde ich die Ebene unten overstacken. Overstacken. So. Dann kommst du hier hinten rein. Und die Zaubergedönse sind... Naja. Egal. Okay. Du brauchst... Du brauchst... Du kriegst... Du brauchst... Du kriegst... Ruffähigkeiten zählen nicht als Zauber. Richtig? Ja. Gut. Du stirbst. Er stirbt. Er wäre egal. Deswegen haben wir hier den Gleishammerer mitgenommen, damit der den Tank nach hinten schiebt. Die zwei verrecken wegen unserem... Nennen wir das mal einen unsichtbaren Counter. Dann stellen wir ihn hier noch nach hinten dazu. Durch nach... Ja, hier oben. Kurze Atempause. Okay. Lass uns mal die nach unten bringen. Oh, aber sie steht ganz hinten und ist wertlos damit. Das war jetzt etwas... Ich will nicht sagen dumm. Aber dumm. Aber man kennt's. Okay. Wir haben... Ja, wir können alles spielen. Dann kriegst du die Wut drauf. Oh. Verreckt. Ich muss nichts spielen. Gut. Ja, weil wir... Ach, wir schieben das jedes Mal hin und zurück. Unser Champion. Hey. Schön, dass du auch mal einen Kill kriegst. Extra Cash mitgenommen. 14 Rüstung. Oh, 24 Rüstung. Wende 9 Rüstung und 4 Wut an. Ja, die Wut ist zwar schnitt, gell? Aber wir nehmen mal die 24 Rüstung. Zerstöre eine zufällige Verbündete Einheit. Zerstöre eine zufällige Kinder-Schlicht-Bosseinheit. Oh. Löse die Erlöschenfähigkeit einer Einheit aus, ohne sie zu töten. Hm. Das ist auch... Geil. Das nehmen wir. Wir müssen nur darauf achten, dass wir das nicht auf... Äh... Ein Nicht-Relikt casten. Wir könnten hier wieder kopieren, aber... Wir haben noch nichts Geiles zum Kopieren. Deswegen gehen wir erstmal hier hin. Dann gib mir was Gutes. Und dann sowas. Naja. Mit dem ganzen... Äh... Oh, hey, wenn die machen, das kosten die Bünstiger. Dann... Ah, das macht nur dann den Schaden. Ähm... Oh, das wäre... Das ist auch so mies. Wenn wir es auf uns casten, wäre das... Das hier fatal. Auf den Gegner wäre das interessant. Okay, 32 Schaden Feuerball. Karte wird verbraucht. Ist egal. Wir haben momentan viel Cash. Lass uns mal neu würfeln. Hm. Na komm, wir machen noch einen Feuerball. Krass. Und machen den kostenlos. Permafrost. Wäre das auf irgendwas sinnvoll? Hm. Wir könnten... Das hier Permafrosten. Okay. Dann. Weiter. Gegnerische Nicht-Boss-Einheiten erhalten 6 Angriff. Er stirbt nach einer Runde automatisch. Er hätte 11 Angriff. Ah, wir lassen das mal weg. Wir sind momentan okay mit München. Dann muss man es nicht so übertreiben. Ja, die sterben alle automatisch. Dann stellen wir uns auf der zweiten Ebene auf. Hm. Na gut, wir müssen eh durchs Deck cyclen. Aber die wird nie so schnell Schaden kriegen. Wir stellen sie trotzdem mal oben hin. Ich lass ihn ja mal weg. Oh, okay. Ja, dann geben wir dir noch ein bisschen Ausbrennen dazu. Du kriegst da oben immer noch keinen Schaden. Du würdest da unten sofort sterben. Und da oben in der nächsten Runde. Das ist aber egal. Vier Wut und Rüstung. Ja. Herabsteigen wird da nix bringen. Dann können wir hier auch... Zwanzig... Halt. Vier mal drei. Zwölf Angriff hinzufügen. Aber... Hm. Ja. Das geht auf die ganze Ebene. Ja, problematisch ist dann halt nur, dass wir die Ausbrennfähigkeit... ...auf unsere zwei Duts da vorne aktivieren. Nö. Machen das so. Okay. Du bist egal, wenn du überlebst. Wir hätten hier 22 Schaden extra. Okay. Hätten wir das schon mal geregelt. Du wirst nach oben gefördert. Dann stellen wir hier noch einen Dude dazwischen. Hier stellen wir dich dazu. Und die Karte spielen wir schon mal auf den. 24 Rüstung. Ja. Extra Wut. Bitteschön. Dich müssen wir rausschmeißen. Du bringst uns eigentlich nichts. Du verreckst eh, wenn wir dich aktivieren. Dann stellen wir hier oben noch einen hin. Hier unten einen hin. Okay. Letzte Welle. So was, er stirbt gar nicht. Oh, Entferne-Ausbrennen. Deep-Buff-Effekte. Mh, das wäre jetzt geil gewesen, wenn wir die andere Karte noch hätten. Ja, die können wir aber auf der Hand behalten. 32 Schaden machen wir mal auf den. Und euch packen wir hier oben rein. Scheiße, die sterben, bis der Boss oben ist. Naja, egal. Ah, ich habe hier keinen Platz. Na gut, dann stellen wir dich hier hin. Entfernen das Ausbrennen. Dich brauchen wir immer noch nicht. Du kriegst Rüstung. Ah, aber der überlebt. Der überlebt so krass. Oh, oh. Das könnte schon unser Ende sein. 137 nur. Oh, unser Tank ist zurück. Äh, was ist Tank? Jump. Oder möchte ich den hier dazustellen? Was bringt mir denn mehr? Ah, er greift alle an. Direkt. Äh. Kein Wunder, dass er so wenig Schaden kriegt. Oder? Warte mal. Er hat, ja, Reichweite. Er kriegt nur von ihr Schaden. Du hast nur... Du überlebst einmal. Du machst 24 Schaden. Du überlebst. 39. Und öfter. Das heißt, du machst mehr Schaden. Dann kriegst du hier den Vorzug. 177. Ja, er stirbt sowieso mittendrin. Schade. Oh. Fatal. Fatal. Das Dexter ist eigentlich nicht so schlecht aus. Aber. Wow. Wow. Wir sind noch am Leben. Noch. Rambog nehmen wir mit. Und... Entferne alle Debuff-Effekte von verbündeten Einheiten und alle Buff-Effekte von gegnerischen Einheiten. Jo. Unser Deck ist riesig. Zu groß. Zu groß. Zu groß. Wir müssen heilen. Damn. Und wir packen hier was weg. Das ist zwar nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber besser so als gar nicht. Tropfeinheiten erhalten 30 live. Das ist heiß. Verbündeten kommen mit Wut. Oh ja. So viel geiles Zeug. Wir erhalten uns das Gedönse und haben jetzt 10 Münzen zu wenig für das andere Zeug. Na ja. Hauptsache wir konservieren unsere Wut. Äh. Nicht Wut. Unsere Glutasche. Zauber-Schild und Rüstung. Wir bauen uns auf der Mitte auf. Und wir bauen uns oben auf. 22 Schaden. Ähm. Kriegst du gleich reingedrückt. Den Rest behalten wir. Oh so nice. Das erste Mal, dass ich dieses Hörnchen hab. Hm. Okay. Er stirbt eh. Wir nehmen hier die Wut. Dann kriegst du hier gleich einen... Sollst du den Tank davor gestellt kriegen? Ah. Eigentlich nicht. Ist ausbrennen ein Debuff? Nein. Das sieht nicht nach Debuff aus. Die 32 kriegst du ein. Das sparen wir. Er kriegt drei Life... Ne, drei Rüstung dazu. Nice. Ach, weil er das Ding umhaut. Ah, du brennst aus da unten. Das ist schade. Wut und Rüstung. Jo. Ah, das Dumme ist, dass die da unten angreifen. Obwohl die dann hier oben sterben würden. Damn. Du kriegst da oben lange nicht aufs Maul. Nächste Runde erst. Ja komm, dann greifen wir hier noch ein bisschen an. Hauptsache die Alabasterwache ist schon mal weg. Gut. Jetzt kriegst du aufs Maul. Dann können wir auch den Loot dazu stellen. Die zwei Schaden sind irrelevant. Du bist... Auch irrelevant. Hier unten verreckt alles. Selbst wenn ich ihn jetzt nach vorne stelle, verreckt er unten alles. Hm. Okay, er stirbt. Wir könnten den Damage abwenden. Jo. Und dann... Heilen wir uns da oben mal. Ein bisschen. Ein ganz klein bisschen. Haben wir oft nötig gehabt. Der Gleis-Hemmerer ist wieder da. Was können wir denn hier Schönes machen? Die unterste Ebene voll klatschen erstmal. Unterste Ebene voll machen. Unseren Dude nach unten ziehen, damit er nicht so viel Schaden kriegt. Aber er kriegt ja 74. Das wird er oben nicht kriegen. Ja, wobei... 30, 40 kriegt... Ne, er kriegt... Doch, oben kriegt er 40 Schaden. Aber hier unten 74. Hm. Dann bauen wir die mittlere Ebene ein bisschen voller. Okay, die tauschen den Platz, ja. Dann... Dann gibt's hier noch... Euch zwei. Ja, verreckt fast. Sollen wir was nach unten holen? Du hast jetzt... Drei. Ja. Wir holen dich erstmal nach unten. Du lebst noch ein bisschen. Und hier stellen wir dich hin. Einfach um den da... ...en Schaden reinzudrücken. Okay. Ihr müsst raus. Wenn wir einen ausbrennen an... Äh... Das müsste... Oh, das geht auf die ganze Ebene. Das könnte uns ficken. Das wird es auf uns auch. Aber wir haben... Endlos. Und wir haben fast keine Karten mehr zu ziehen. Von daher ist das nicht so dramatisch. Okay, unser Champ ist wieder da. Und hat auch seine... Sein Ausbrennen wieder verloren. Das ist gut. Stellen wir gleich mal hier hin. Packen wir auch hier hin. Und für die untere Ebene... Hauen wir schon mal ein bisschen Schaden rein. Ey, 30 Schaden kriegen die schon. Nice. Die letzte Welle. Ja, er brennt aus. Nein, er wird nicht ausbrennen. Warte mal. Er macht... Er macht uns alle eigentlich... ...direkt zu Brei. Du... ...brennst nicht mehr aus. Ach, du stirbst trotzdem, weil ich dich nicht... Hm. Nein, du stirbst nicht. Du wirst nicht sterben. Auf keinen Fall. Du kriegst auch noch extra Schaden. Und du kommst nach unten. Was willst du denn da oben? Okay. Du kriegst 516 Schaden. Die Hälfte ist weg. Mal gucken, ob wir uns noch irgendwas ziehen. Wo wir ordentlich Glutasche verbrauchen. Ach, ich kann ihn nicht spielen. Ich kann ihn verfickt nochmal nicht spielen. Ich vollidiot. Hab die oberen Ebene vollgeklatscht. Ich dachte, die kommen nicht nochmal. Aber die sind da wohl immer endlos, wenn die sterben? Ich dachte, die sind nur einmal endlos. Langsam sollte man es eigentlich wissen, ne? Oh, es ist so schade, dass ich jetzt kein Damage-Spell habe, um einen Zugbegleiter wegzuklatschen, zum Beispiel. Dammit. 62 Schaden kriegst du nur und wir verrecken auf jeden Fall. Ja, wieder mal mit einem Missplay eine Herausforderung. Verkackt. Aber schön, mal wieder mit den Relikten gespielt zu haben. Ja, 13.000, ey. Das ist nicht so feierlich. Platz 264, aber die Herausforderung ist auch erst zweieinhalb Stunden alt. Haben André und Katja schon gespielt? Nee. Puh. Naja. Ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns mal nochmal den Run mit den Relikten an. In welcher Konstellation machen wir das? Nein, nicht rumstöhnen. Ich glaube, wir nehmen die Relikte als Nebenstamm. Und als Hauptstamm. Hm. Die Dudes. Oder die. Okay, komm, wir nehmen die Wache als nächstes. Also, bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns in dieser Konstellation. Macht's gut, ciao. Wir sehen uns in dieser Konstellation. Wir sehen uns in dieser Konstellation. Wir sehen uns in dieser Konstellation. Vielen Dank.